hey leute was geht walot am stadt wir haben den siebten dritten 11.58 bin von einer stunde oder so wach geworden und ja mal schauen was halt so geht so jetzt wird erstmal trainiert leute ihr wisst bescheid dann später mal noch ein bisschen chillen und abend definitiv noch zur arbeit gehen aber was ansonsten noch so geht werdet ihr ja sehen so jetzt nach dem training erstmal noch ein bisschen breaking bad schauen ihr wisst bescheid leute also jetzt erstmal snacken hab schon ein stück gegessen wie ihr sehen könnt eistees am start breaking bad auch und ja so jetzt noch was snacken hier so ein noodle cup mit chili ich schwöre euch der ist irgendwie leicht scharf habe eben schon ein bisschen davon was probiert und noch gleich für die arbeit und fertig machen so leute bin jetzt nach heim und ja wir haben kurz vor sechs immer noch im weg ist wenn ich daran denke das bild einzublenden seht ihr das und jetzt kurz vor sechs das ist so random und ja dann gleich pennen gehen